Alter, Alter, zieht euch rein, wie ich hier kämpfe, vier Mann, ich bin tot, bin ich, Alter, Junge, Alter. Mein Streitgolben braucht Blut. Kein Stress-Seilen, wir kriegen das schon hin. Mein Streitgolben braucht Blut, ich weiß gar nicht mehr, ich weiß gar nicht mehr, wie es geht, Alter. Ich hab bloß mal, ich bin jetzt Level 6, erst mal, ich hab bloß ein paar Runden gedreht. Immer schön zustechen. Ja, ich weiß, aber ich seh. Und mit L kannst du die Klasse wechseln und die Waffen dann hochrüsten. Mhm. Das ist wichtig, mehr muss man nicht wissen. Mehr muss man nie wissen. Einfach nur geil, das Spiel. Ich weiß. Ah, da bin ich, Alter. Wo bist denn du? Da ist er, ja. Wo bist denn du? Seh ich dich? Hinter dir. Ah, du hast gerade geschrien, ihr Vieh. Oh, hier. Oh, ich hab mein Maid eine übergebraten. Boah. Mein Schatz hat es doch geschmettert. Nein, mich auch, Alter. Schön reingerannt. Die ist immer gleich zu dritt, da. Oh, ich hab mein Maid wieder eine übergezogen, Alter. So ein Scheiß. Ja, das hat verviert. Immer wieder mal. Ja. Ja, ist schon mal weg. In die Knie geschickt. Du hast mal eine übergejagt. Ja, ich geb dir der Heilung immer gleich. Ah, okay. Halb so schlimm, immer unser Vierer. Ja. Das geht gut. Langschwert erholt. Oh, hier, scheiß Bogenschütze, muss weg. Da kriegt einer. Sehr gut. Zack, in die Knie. Hey, lass mal Kumpel, Ruhe, Junge. Oh, ich hab ja zwei, zwei Arzen. Oh, scheiße, Fliege. Krieg weg. Das ist geil. Ein Gommensatische Jungs. Oh. Au, 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 ich desertiere, lass mich. Nee. Aber irgendwie kann ich, irgendwie macht es gar keinen Unterschied, ob ich, ob ich laufe oder renne. Äh, auch mich hat ein Bogenschützer weggemacht, Alter. Alter, ein Riesen-Schwert, das ist unnormal. Der Lachschwert, ja. Verstehe ich nicht. Warte mal, irgendwas wollte ich machen. Ach so, kannst, hast du, merkst du einen Unterschied zwischen normal laufen und rennen? Rennen, nee, der läuft immer noch mal. Ganz schön, rennen, nee. Also gut, einigen wir uns auf unentschieden. Ich habe einen lang gemacht. Junge, aua. Ich komme. Ich habe einen Sperbenleib. Was hat denn der hier von der Waffe, Alter? Herrlich, mein Streitkolben hat ihn getötet. Und noch einen, in den Rücken. Dann kriecht er noch wie so ein räudiger Köder übers Feld. Lack. Na, uh. Da gibt es noch. Das Feinste, das Feinste vom Feinsten. Au, das ist schon geil, so ein Gemetzel, oder? Blei. Ja. Mann, ich, ich war mir ja nicht so sicher. Also mit so einer Empfehlung ist ja immer nur so eine Sache. Also, bloß weil es mir gefällt, muss es dir ja noch lange nicht gefallen. Sondern da hast du Kohle bezahlt und dann. Ich finde das richtig geil. Trifft halt auch öfter mal einen. Meilen, ja mein Gott, ja. Wir sind halt hier unten zu einer Mütze. Ah. Ich brenne. Kick weg, wegkicken. Wegkicken den Hund. Auf ein neues. Nein, ich habe mich gerade zusammengeflickt. Die dürfen nicht herankommen. Boxen, boxen. Ja, danke, mich hat einer gerettet. Alter, was ist das? Ein Krampf. Noxy, grüß dich. Das sind alles Spieler. Sind keine Bots dabei. Nee. Ich liege ja im Dreck rum. Ach nicht. Das schleppen sie die Bierfässer aus der Burg raus. Komm, wir müssen in den Schädelspalt. Weck mal leise machen, das Spiel ja auch. Das Spiel ist gar nicht klar. Weg, der Idiot mit dem Hut. Da ist er wieder mit seinem Federhut, Junge. Der Trottel. So, ich heile mal ein paar Leute. Ich habe, glaube, so um die 20, 24 oder so bezahlt. Mann. Ich muss mich ja gegen drei Leute verteidigen. Lachen. Oh, wie so trifft er mich denn und ich ihn nicht? Ach Mann, kurz bevor ich ihn totgeschlagen konnte. Der Arm ist ab. Ich habe ihn in den Arm abgeschlagen, Alter. Dem Trottel. Jetzt drängelt er mich an die Seite. Ah, hier ist ein Pogenschützer. Ja. Da, jetzt wachsen die Gamaschen dahinten. Jetzt läuft er weg. Jetzt sind sie dran. Da. Da habe ich nur noch ein Pfeil im Wanz. Ich bin vorne, da können Sie... Nein. Mann. Jetzt bin ich runtergefallen mitten im Kampf. Was für ein Scheiß. Den habe ich so schön... Ah. An mir kommt niemand vorbei. Was? Ich sagte, an mir kommt niemand vorbei. Den habe ich mitgenommen. Oh, weile. Oh, jetzt kann ich ja meinen Nixen. Ihr habt bewiesen, dass ihr würdig seid. Würdet ihr mich begleiten? Ja, Alter. Den habe ich in den Schädel abgeschlagen. Geil. Schädel. Die Mütze runter. Jetzt habe ich den Hammer. Der ist geil. Was ist mit dem? Jetzt gibt es einen mit dem dicken Bello. Da liegen sie, Junge. Ich bin hinter die feindliche Linie gekommen, Alter. Oh, ich habe einen mit dem Hammer totgeklagen. Der ist zwar langsam, der Hammer. Noch einen totgeklagen. Alter, der Hammer ist geil. Alter, zieht euch rein, wie ich hier kämpfe. Vier Mann. Ich bin tot, bin ich. Alter, Junge. Alter. War das ein Kampf, Junge. Du musst, das Geheimnis besteht, du musst unter der Brücke langklaufen, dann kannst du die alle von hinten holen. Komm mit, bleib ich. Bist schon neben mir. Ja, ich bin ja Dings unten, ja. Ja, seh dich. Mit dem Hammer auf der Schulter. Was denn denn her? Oder vom Schmied geklaut? Da willst du keinen Schmied haben. Nee. Nee. Boah. Boah, er hat mich niedergeschlagen. Warte, ich hole dich. Geil. Danke. Den Hammer. So, wir müssen hier weiter. Hier, glaube ich. Wenn wir uns jetzt, wenn wir jetzt nicht wieder in die falsche Richtung. Ja, hier sind sie. Oh, der hat mich aufgeschlitzt. Schlag und tot, Blei. Schlag und tot. Nein. Ich bin falsch, Jan, hat er mir ja eh gegeben. Weil er schwer ist. Ja, aber wenn er trifft, ist Ende. Manche hacken mal so schnell zu. Ich weiß nicht mal, wie die das machen. Von oben. Nein. Oh, mein Mate. Ich sehe dich an der Brücke. Komm. Oh, der hat mir einer von hinten einen. Oh, puh. Ey, sie sind durchs Tor. Sie sind durchs Tor. Sie sind durchs Tor geboren. Ha, ha. Hube, Hube. Habe zu dir. Er ist vergiftet. Wir hatten verkehrt. Wir haben doch jetzt links verkehrt. Ha, ha. Ja. Heilung, Heilung. Der hat ja noch den Fensterladen zugemacht, als ich tot davor lag. Oh, da hinten steht der scheiß Bogenschützer. Boah, Mann. Der Hebt, der Waffe gerade, der trifft aber schon. Das war einfach so komisch. Ihr kämpft mit der Kraft vieler Männer, Herr Ritter. Komm, ich seh hier. Mit Treten arbeitet es sogar auch geil. Ja, ja. Aber ich komme noch als Weser. Ja. Jetzt nicht mehr. Oh, 125 Schaden mit der Axt. Also hat er durchgeschlagen. Ja. Da war von mir nicht mal viel übrig. Oh, den habe ich eh nicht gewählt. Oh. Oh, der Spieler irgendwie. Oh. Der ist eingeschlagen. Den Lappen. Den steht so ein scheiß Bogenschützer, der hat nichts geschissen kriegt. Schießt nur verbreitert, Brotter. Mensch, was ist denn hier? Das war nicht normal. Ihr seid gekommen, mich zu befreien. Naja, ich würde sagen, ähm... Ich wusste, dass jemand kommen würde. Wir lagen von Madagaskar oder ein Schiefe kommen. Wir kennen die Tüks. Jawohl, kommt noch ein. Hilft der Mutter, zwei von hinten. Oh. Aber den Bogenschützer habe ich noch einen Schädel abgeschlagen. Von den eigenen Assis, da kommen keiner mal zur Hilfe. Oh. Gewonnen, Alter. Ui, ui, ui. 17 Kills habe ich gemacht. Ja, nieder gemacht. Jawohl. Ja, 4000 Punkte ist nicht schlecht. Gibt es wieder ein bisschen Level ab. Ja, das war ganz gut. Aua, das macht schon Spaß, Alter. Das ist einfach geil. So in Schlimmen, du mal stirbst. Merkst du gar nicht. Du verlierst ja nichts. Das ist es, ja. Nö, ja. Außer gekränkter Stolz. Ich will, dass du vielleicht vielleicht fettet hast. Ich weiß gar nicht, wie lange das ist. Ich muss überhaupt nicht.